Vielleicht kennen Sie das auch, eine unangenehme Arbeit sollen Sie für jemanden übernehmen im Job. Und Sie trauen sich nicht Nein zu sagen. Oder Sie werden von Freunden gefragt, Mensch, heute Abend Geburtstagsparty oder lass uns feiern gehen oder irgendwie. Und man hat keine Lust. Man hat so ein bisschen die Angst Nein zu sagen. Warum ist das eigentlich so und wie wichtig ist es eigentlich auch Nein sagen zu können? Denn wenn wir ständig Ja sagen, kann die Psyche krank werden. Und das sagt unser Diplompsychologe Rolf Schmiel und der ist heute Morgen hier bei uns im Studio. Und wir wollen über Tipps und Tricks reden, auch mal Nein zu sagen. Rolf, aber erstmal einen schönen guten Morgen an dich. Guten Morgen, lieber Matthias. Danke, dass du Ja gesagt hast zur Einladung in diese Sendung. Was bedeutet das im Sinne von, ich kann krank werden? Wie krank kann ich denn werden, wenn ich immer Ja sage, auch um Menschen zu gefallen, um ein Gefallen zu tun, wie auch immer? Also wenn man es jetzt sozusagen nach hinten hin aufzäumt, kann man sagen, wenn man das permanent so macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Stressdepression, also einen landläufigen Burnout wirklich erleiden wird, sehr, sehr groß. Weil ich selber unter Stress bin? Weil ich mich auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig stresse. Einmal stresse ich mich dadurch, dass ich natürlich ganz vielen Verpflichtungen Raum gebe, wo ich vielleicht auch Zeit für mich bräuchte zu regenerieren. Aber ich komme auch in einen Konflikt zu mir selber, weil ich möglicherweise gegen meine eigenen Werte, gegen meine eigenen Bedürfnisse verstoße. Und wenn ich andere immer und ihre Bedürfnisse wichtiger nehme, signalisiere ich meiner Seele, du bist nichts wert. Und dann beginnt eine Abwärtsspirale. Das heißt, in diese Abwärtsspirale komme ich, wenn ich quasi gegen mein Bauchgefühl, gegen meine Intuition trotzdem Ja sage. Also das ist nicht nur gegen die Intuition, sondern wir haben ja alle Werte, wir haben ja Dinge, die uns wichtig sind. Meinetwegen die eigene Gesundheit oder die Kinder oder die Karriere, was auch immer gerade in der Lebensphase ansteht. Und dazu ist es notwendig, auch zu anderen Dingen auch mal Nein zu sagen, um sein eigenes Ding machen zu können. Aber je nachdem, was wir für ein Ja-Sager-Typ sind, neigen wir dann dazu, Dingen zuzustimmen, obwohl sie uns nicht gut tun. Und das ist gefährlich. Spannende Frage übrigens bei Kindern, weil ich die Diskussion selber gerade immer wieder auch zu Hause habe und ich das im Umfeld auch erlebe, wo ich manchmal denke, wow, das finde ich krass, weil wir gerade hier die Kinder gesehen haben im Bild. Wenn Kinder schon anerzogen bekommen, Dinge gegen ihre Intuition machen zu können, mache ich da nicht in der Kindheit schon ganz viel auch kaputt? Das machen zu müssen. Also Kinder, jedes Kind kann Grenzen lernen. Also das heißt mal, dass die eigenen Grenzen sozusagen, dass Kinder nicht uferlos sind in ihren Bedürfnissen, in ihrer Art, wie sie mit anderen umgehen, aber auch selbst erkennend zu sagen, ich mag das nicht, ich möchte das nicht, ist ganz wichtig, das große Erziehungsauftrag. Also ein Mensch ist dann psychisch stabil, sagen wir in der Psychologie, wenn er sagen kann zu seinen eigenen Bedürfnissen Ja sagen kann und sagen kann, ich mag das nicht. Aber wir müssen auch als Eltern darauf achten, dass auch Kinder unangenehme Dinge durchaus aus Disziplin und in ihr Leben mit einbeziehen müssen. Und nicht nur das Schöne sich rausrassen. Ist völlig klar. Und trotzdem geht es natürlich darum, nicht alles zu zwingen oder auch zu erzwingen, weil sonst habe ich irgendwann diese Spirale, dass ich gelernt habe, anderen gefallen zu müssen. Dann will ich immer wieder anderen gefallen. Und du sagst ja selber, es gibt so unterschiedliche Typen von Ja sagen. Ja genau, das entwickelt sich, das verschärft sich dann. Wir haben so drei Typen, den schicksalshaften Typen, den ich dabei finde, ist die Mutter Teresa, die sich wirklich aufopfert für andere. Die immer Ja sagt und denkt, damit wird sie alles richtig machen, aber gut gedacht ist noch nicht gut gemacht, weil sie bleibt auf der Strecke und zum Schluss sind hinterher trotzdem alle enttäuscht von ihr, weil sie nicht jedem Ja sagt. Also willst du was gelten, musst du auch mal Nein sagen können. Das ist der eine Typ. Der andere vermeidet Konflikte, das ist die soziale Angsthase. Und der dritte Typ ist halt einer, der allen gefallen will und deshalb immer begeistert Ja sagt. Das ist so ein bisschen so diese Suche nach der Anerkennung, die ja oft bei vielen auch aus der Kindheit beispielsweise auch herstammt. Das stimmt. Aber ganz wichtig ist für uns zu erkennen, wenn ich jetzt weiß, was ich für ein Typ bin, was kann ich denn machen? Ja, du hast ja ein paar Trainingstipps, habe ich ja gesagt. Tipps und Tricks eben auch zu lernen, Nein zu sagen. Da hast du ein paar Hacks quasi mitgebracht. Genau, ich habe ja so ein Psychohacks, das ist ja so mein Wort, ein paar Psychohacks mitgebracht. Und der erste Psychohack ist, lerne überhaupt, übe Nein zu sagen in Situationen, die dich gar nicht so stressen. Vielleicht mal im Restaurant, wenn dich der Kellner fragt, möchten sie was trinken? Nein. Dann wird ja blöd gucken, aber du hast es dich mal das überhaupt getraut, weil manche Menschen sind so introvertiert, dass sie sich so einen Moment gar nicht eingestehen können. Also würde jetzt die Regie zum Beispiel zu mir sagen, Matze, sieh zu, dass das Gespräch fertig wird und ich sage einfach Nein? Habe ich dann schon geübt? Dann hast du sehr gut geübt. Das ist für die Persönlichkeitsentwicklung hilfreich gerade. Also am Ende dieses Tages ist alles, was ich tue hier, liebe Kolleginnen und Kollegen da oben in der Regie, reine Persönlichkeitsentwicklung. So, zweiter Tipp. Zweiter Tipp ist, wenn du Nein sagst, keine Begründung, weil sonst diskutieren wir immer über die Begründung. Also wenn du sagst, nein, ich kann nicht, weil... Ja, aber meinem Chef kann ich doch nicht einfach sagen Nein. Doch, dann sagst du, nein, notfalls sagst du, nein, aus guten Gründen. Und dann ist es so, in dem Moment muss er sein Nein akzeptieren. Weil in dem Moment, wo er mit dir den Grund diskutiert, geht es schon gar nicht mehr um deine Entscheidung. Du musst heute Abend länger bleiben, eine Überstunde machen, weil die Firma... Nein, das geht nicht. Nein, das kann ich nicht leisten. Da muss man aber schon echt Selbstvertrauen haben. Nein, das ist das Problem, ist du, jemand, der gerne gefallen möchte, hat eine so starke Dissonanz, also Gegenwehr, dass er sich das gar nicht eingestehen kann. Es gibt genügend Kollegen im Team, die genau diese Fähigkeit haben und die kommen häufig noch besser an, weil sie abgrenzen können. Also im Restaurant üben, dann in solchen Situationen auch mal klares Nein ohne Begründung. Und der dritte Tipp ist, und den meine ich ganz ernst, wenn du zum Ja sagen tendierst, schaff dir visuelle Hilfen, dass du zum Beispiel auf deinem Handy-Display dir ein dickes Nein sozusagen als Bildschirmschoner draufsetzt oder es dir auf den Arm schreibst oder auf dem Spiegel, damit du weißt, Nein ist ein ganzer Satz und eine wichtige Alternative dafür, dass du nicht in die Ja-Sagerfalle tappst. Das heißt, wir können so zusammenfassen, Nein sagen zu lernen, ist auch für die mittel- und langfristige Gesundheit, und da sind wir wieder bei der Psyche, da sind wir wieder beim Thema Depression und so weiter, unabdingbar sogar? Absolut. Also wir müssen lernen, Grenzen zu setzen, damit wir selber nicht auf der Strecke bleiben. Und ich kenne so viele Leute, die körperlich erkranken, seelisch erkranken, weil sie in den falschen Situationen Ja gesagt haben. Weil man es auch so gar nicht merkt, weil man in so einem Ja-Sagen irgendwie drin ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich das immer wieder auch bewusst zu machen. Vielen herzlichen Dank, Rolf Schmiel. Karin, es könnte sein, dass du in Zukunft andere Dinge von mir hörst als sonst so. Ja, bereite dich schon mal vor. Ach so, ja, ich bin ja gewöhnt, dass du zu allem Ja und Amen sagst.